Es ist immer eine super Stimmung und deswegen finde ich, es ist immer ein Erlebnis, was man haben sollte. Der Sommer Kids Cup der LG Nord verwandelt das Stadion Finsterwalder Straße in eine Buntarena voller Wettkämpfe und kreativer Teamnamen. Von den Tempelhofer Tausendfüßlern über die Klador Havelpiraten bis hin zu den schnellen Zebras und Charlies flinken Flitzern. Jedes Team bringt nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch eine Prise Humor und Originalität auf die Tartanbahn. Das Team heißt Charlies flinke Flitzer und ich habe zu meinem Geburtstag einen Leoparden bekommen. Und Leoparden sind halt auch sehr schnell und dann haben wir uns den Namen dazu ausgedacht. Der Mannschaftswettbewerb sorgt dafür, dass jedes Kind einen wichtigen Beitrag zum Erfolg seines Teams leistet. Neben dem actiongeladenen 40 Meter Hindernissprint und der spannenden Weitsprungstaffel stehen auch die Wechselsprünge und der Drehwurf auf dem Programm. Und es macht auch wirklich riesen Spaß, was immer als nächstes kommt und wie es immer läuft. Aber der Höhepunkt des Sommer-Kids-Cups ist natürlich die Biathlon-Staffel. Hier werden Ausdauer und Fingerspitzengefühl auf die Probe gestellt. Und das alles unter den jubelnden Anfeuerungsrufen der Fans. Ein sportliches Spektakel vom Feinsten. Ist auch cool, weil man dann ja auch messen kann, wer der Beste von uns ist. Die strahlenden Gesichter der jungen Athletinnen und Athleten sagen alles. Mit ihren kreativen Teamnamen wie den schnellen Zebras, den Tempelhofer Tausendfüßlern und Charlies flinken Flitzern haben sie beim Sommer-Kids-Cup nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch gemeinsam für unvergessliche Momente gesorgt.